Marit Priesen, heute gab es das Zurückspiel Frankfurt-Wolzburg. Es war 4 zu 0 Hinspiel. Was haben Sie heute gemacht? Ja, heute haben wir eine wesentlich bessere Leistung gezeigt als letzte Woche. Wir haben uns einfach den Finaleinzug im Hinspiel kaputt gemacht und heute quasi nur noch den Schaden begrenzt, obwohl wir uns eigentlich vorgenommen hatten, hier ein kleines Wunder zu bringen oder zu erschaffen. Das hat leider nicht ganz funktioniert. Das erste Tor oder das einzige Tor etwas zu spät. Aber Sie machen das? Ja, ich war bei einer Ecke, Kopf hingehalten, war drin. Allerdings steht es dann nach Hin- und Rückspiel 4 zu 1 und das reicht einfach nicht fürs Finale und deswegen ist die Stimmung auch dementsprechend auf dem Tiefpunkt. Ja, enttäuscht. Ja, ganz klar enttäuscht. Also das Ziel war ja das Finale. Wir wollten eigentlich den Titel verteidigen und wenn man jetzt so blöd ausscheidet aufgrund einer peinlichen Leistung einfach im Hinspiel, ist es natürlich umso ärgerlicher. Ja, dann ist der Rest noch die Bundesliga. Kann Frankfurt dort noch Zweiter werden? Ja, also wir haben es nicht mehr in unserer Hand. Wir geben natürlich 100 Prozent. Wir wollen die Spiele alle gewinnen und da können wir eigentlich nur hoffen, dass Wolfsburg vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt liegen lässt. Okay, danke schön. Viel Spaß, viel Glück noch. Danke. Danke.